hi leute ja ich bin hier an einem kleinen wasserfall ich wollte mich mal wieder welten endlich ist wieder schönes wetter und man kann mal wieder ein bisschen raus die ganze zeit geregnet diesig und leute was ist denn überhaupt auf der welt los total viele tote bei hochwasser alter das ist doch nicht schön das ist doch richtig scheiße naja ja ich bin auch am wasser und hier scheint die sonne und ich hoffe es bleibt so ich hoffe es bleibt so ich hoffe es bleibt so ja das war's eigentlich schon wieder ich wollte mich einfach mal aus der natur melden weil einfach schon wieder geiles wetter ist und mein bester freund mani und ich den jb watzelknochen und ich wir sind wir sind jetzt 1,2 kilometer gelaufen kleine rast gemacht noch mal 1,2 kilometer gelaufen jetzt machen wir noch eine kleine rast und dann laufen wir noch mal 1,2 kilometer mein manni der kann ja nicht so gut auf den bin ich so richtig stolz auf meinen watzelknochen ja weil der hat echt zu tun mit lange laufen und so aber er hat durchgehalten 3 x 1,2 kilometer sind nämlich die strecke das ist meine walking strecke also die wo ich normalerweise mit nordic walking lauf ja war die ganze zeit wirklich pisswetter und ekelhaft und blöd da konntest nicht raus und wie es warm war war es zu warm und jetzt sind so 25 26 grad es scheint die sonne ist so richtig angenehm so richtig optimal für einen spaziergang am samstag also ich habe euch alle lieb tschüss am samstag